Können auch mehrere drauf fahren, mehrere von den Wagen. Jetzt warten die da immer. Das ist doch unglaublich. Ich kann auch eigentlich so machen. Gucken wir mal, ob die das Ding nutzen. Ah, okay, sie nutzen es. Sehr gut. Es ist witzig, aber naja. Irgendwie begreifen die nicht, dass es zu Fuß schneller wäre. Das muss dann noch ein bisschen nachgepatcht werden. Dass die das erkennen, was schneller ist. Ich hab das ja eigentlich nur aus Questgründen so gebaut. Schade, dass man nicht so schräg runterbauen kann. Oder beziehungsweise ich glaube, dass man ja nicht so schräg runterbauen kann. So, da könnten wir auch noch Dinger reinbauen. Da kann auch noch Erde rein. Damit der Hintergrund nicht ganz weg ist. Hier liegt auch noch ganz, ganz viel Zeugs. Jetzt habe ich aber keine von diesen Trittleitern mehr. So, bauen wir die hier hin. Dann müssten wir die jetzt auf der anderen Seite erstmal wegbauen. Hier auch erstmal die ganzen Befehle wieder wegnehmen. Sonst laufen die mir da wieder blöde hin. Aber das können wir eigentlich hier, das können wir lassen. Dafür brauchen wir die Sachen ja nicht unbedingt. So. Das vielleicht auch noch. Okay. Packet. Das ist ja witzig. Fischen. Ja. Können wir machen. Wir hatten ja eine Quelle. Hier unten. Müssen wir nur noch wieder hinkommen. Hier wird alles abgebaut, Freunde. Und wehe, hier bleibt irgendwas übrig. Ich bezweifle, dass das so einfach funktioniert mit denen. Aber. Der Versuch zählt. Meine halsbrecherischen Zwerge hier. Bin mal gespannt, ob ich dieses Portal finde, von dem ihr da gesprochen habt. Würde mich ja doch mal interessieren. Ach so, das brauche ich jetzt hier nicht mehr. Das brauche ich jetzt eher hier. Können wir auch hier wieder ein Portal hinstellen. Oh, da ist ein Zwerg. In den Abgrund gesprungen. Ich werde übrigens, das habt ihr jetzt auch schon gemerkt, die Folgen wieder etwas kürzer machen. Einfach damit ich es, damit ich auch sicher gehen kann, jeden Tag für euch eine Folge bereit zu halten. So, was haben wir hier? Der Hut von Santa. So. Sieht zwar scheiße aus, aber naja. Gut, was wir mal machen. Oh, gleich nächstes Level. Ich denke, das kann ich jetzt auch abbauen. Das bauen wir lieber hier unter das Portal runter. So, da kann Erde rein. Boah, ist ja noch abzubauen. Ist ja unglaublich. Oh nein, ich glaube. Ah doch. Oh, was ist da? Nahkampfbuch. Moment. Bücher. Bücher ist sehr gut. Wir haben einen Bergmann. Das ist wahrscheinlich hier dann mit dem Bergarbeiterbuch. Jawohl. Und wir haben einen Schwertkämpfer für dieses Buch. So. Sehr gut. Das können wir hier auch erstmal lassen. lieber eine Baustelle immer nehmen. Und wir haben einen Bergmann. Da kommt noch Erde rein. Der klettert hier gerade um sein Leben. Achso, da sind noch Sachen, die die haben wollen. Dann können wir da eigentlich auch gerne noch abbauen. Da oben sind noch diese blöden Viecher. Und jetzt kommt gleich das Portal. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass da nicht wieder irgendwelche krassen Viecher rauskommen. Also noch welche im Bettchen. Was bedeutet das hier? Eine Minute. Achso, das Portal. Okay. Hey. Ah, da ist das Portal. Alles klar. So. Das kann noch abgebaut werden. Das kann noch abgebaut werden. Da muss noch Erde hinter. Oh, da ist einer wieder tief gefallen. Hat aber keinen Schaden bekommen. Wahrscheinlich liegt das am Santa Head. Weihnachtsmänner haben ja immer einen Rentierschlitten in Hinterhand. Ja, komm, Junge. Hier. Ich kriegst du dein Portal. Ich werde dir die Episode hoffentlich auch so benennen. Wenn ich es denn nicht vergesse. Also generell die Staffel jetzt. Ach du Scheiße, das ist schon wieder so ein Insekten-Scheiß. Ich meine, ja, die sind nicht so stark, aber... Unbedingt dagegen kämpfen will ich auch nicht. Nein, 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 Jungs. Nein! Leute, kommt da raus! Wow, das war sehr knapp. hört doch auf damit ja aber alleine gegen so viele ist keine gute idee nein 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 so ok dann probiert es alle zusammen ein neuer zwerg sehr gut den können wir mal eben ausrüsten was kann der denn magier ok magier ist jetzt jetzt ist er da so du bekommst ein schwert du bekommst rüstung und zwar diesen hut hier und eine dingens rüstung eine holz rüstung holzhelm und holz rüstung werkzeuge haben war spitzhacken stein spitzhacke und stein axt hatte ich nicht schon eisen sachen naja genau aber deswegen habe ich so viele stein dinge wahrscheinlich übrig egal eben niedrig wie sieht das hier unten aus wo sind die denn jetzt ich höre sie doch hier hier muss doch noch irgendwo so ein viech sein oder jetzt ist weg sehr gut oh mein gott schon das dritte was ist das